in dem heutigen video möchte ich euch den peilabglisch zeigen bei auf der karte terminus mit dem boot und zwar gibt es dort jetzt eine neue methode leute wie all die zombies sich links von euch versammeln und wie das ganze funktioniert zeige ich euch jetzt jedoch möchte ich euch vorher einmal darauf aufmerksam machen dass bei mir in der discord community jetzt bald dark meta lobbies aufgemacht werden also multiplayer lobbies wo ihr dann gemeinsam eure tarnungen freispielen können falls ihr darauf bock habt leute kommt dann gerne in meinen discord server link ist in der beschreibung und wir fangen jetzt an mit dem video und zwar müsst ihr in den pack up und schrauben nach unten und ihr werdet sehen dass dort ein schlauchboot im wasser ist dieses schlauchboot nehmt ihr und fahrt dass sie hoch einfach anschwung nehmen nach links rechts lenken und da hoch fahren leute wenn das schlauchboot darum ist dann müsst ihr rechts von euch die treppen damit blockieren und dieses schlauchboot könnt ihr bewegen indem ihr dagegen slidet oder wie ich mit dem messer gegen haut und wenn das boot dann in position ist so wie bei mir dann müsst ihr ein neues schlauchboot rufen für 500 punkte danach schießt ihr das kaputt also schießt einfach so lange drauf bis das fahrzeug deaktiviert wurde und das gleiche macht ihr dann auch mit dem schlauchboot was sie da links platziert habt wenn ihr alles richtig gemacht habt dann wird das schlauchboot links nicht mehr despawnen und das ganze game über dort bleiben macht das am besten am ende der runde während ein zombie übrig ist weil ansonsten schmeißen euch die zombies hier mit fleisch ab so wie bei mir ich bin jetzt in einer neuen runde und weil die treppe da blockiert ist schmeißen die zombies aktuell mit fleisch auf euch also lasst am besten ein zombie über macht das ganze in ruhe danach leute müsst ihr wieder ein neues boot kaufen also wartet bis die abklingzeit vorbei ist kauft ein neues boot mit diesem neuen boot nehmt ihr so ein bisschen anschwung und fahrt wieder hier hoch leute und wenn ihr hier oben seid müsst ihr darauf achten dass ihr hier an diesem gerät seit wo ihr ein neues boot kaufen könnt und der motor hier vom boot muss außerhalb des randes sein also muss über dem wasser stehen so wie bei mir leute also nah an dem gerät dran wo ihr ein neues boot kaufen könnt und motor muss über dem wasser sein wenn ihr dann seht dass die abklingzeit vorbei ist und ihr ein neues boot kaufen könnt leute müsst ihr das aktuelle boot was hier steht einmal kaputt schießen so dass da steht fahrzeug deaktiviert sowie bei mir und danach kauft ihr euch ein neues boot und wenn ihr das neue boot gekauft habt dann verschwindet das was ihr gerade angeschossen habt und ihr habt diese ecke da blockiert also das spiel denkt jetzt der durchgang ist blockiert darum werden alle zombies die da kommen von rechts eine runde laufen bis die links bei euch an den treppen sind ob dieser glitch auch im team funktioniert habe ich leider noch nicht testen können aber solo funktioniert der sehr gut ihr müsst einfach hier nah am boot bleiben und ich würde euch empfehlen den krawallstarter zu starten leute weil die zombies müssen ja erstmal diese runde zu euch laufen die dahinten spawnen und dann rennen die einfach viel schneller bei euch und ihr könnt die runden viel schneller skippen und wie gesagt leute ihr könnt gerne in den discord join und beim event teilnehmen wo dann in der community dann multiplayer lobbies aufgemacht werden und ihr euch untereinander hilft die multiplayer tarnungen freizuschalten für mehr infos kommt einfach in discord und fragt dort einmal nach dann würde ich mich an dieser stelle auch von euch verabschieden danke fürs zusehen und bis zum nächsten video leute like und aber nicht vergessen ciao